Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 und wir sehen hier einen PS3 Singer. Viel Spaß dabei. Der Dennis Pallas singt uns ein kleines Ständchen. Viel Spaß dabei. Perfekt. Das war's. Ja, Dennis Paller singt hier live zu uns hier. Wow. Ja, wenn euch der Song gefällt, dann könnt ihr gerne Dennis Paller adden. Perfekt. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Ich habe schon wieder voll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein PS3-Singer. Ein PS3-Singer von mir, Dennis Paller. Bis dann. Ciao.